Na, davon sehe ich immer nix. Na, da, 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 da. Oh, oh, jetzt kriege ich Probleme. Halt, scheiße. Nein, ich brauche eine andere Waffe. Es war zwar lustig, aber jetzt muss ich da hingehen. Nein, scheiß Capper-Moschi. Ich muss reden, ich weiß, ich habe auch vorgecappt, aber legt es mir doch an Arsch. Warum soll ich mich immer vernünftig spielen und die capen sich die Sille aus dem Arsch, Alter. Schau, wie er da nicht umrennt. Alter, knipps, ich habe doch auch ab, die Salle. Nein, 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 das ist ja fies. Was hat der da auf den Spornbund gekämpft, die Salle. Ja, der, der hackt doch. Ich würde mal sagen. Ja, das Problem ist, dass er noch ein bisschen spielen kann. Warte mal, wie geht das jetzt wieder? Na, haben wir schon. Na, der weiß immer ganz genau, wo man rauskommt. Das ist nämlich sein Problem mit Deppernseits. Das kann ich nicht ganz richtig sehen. Und ich muss mein Waffen leveln, weil die ist auch noch scheiße, Alter. Die schießt zwischen den... Wenn ich noch zu 9, da bin, Mann. Würde ja gern, aber da fällt mir... Du hast immer so mit Spaß dabei. Oh, na, ha, 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 ha. Du kriegst hier junge Hunde, Alter. Wo ist denn da mit Spaß, Alter? Haben wir denn da? Ah, leg mich am Arschloch, Fotze, ey. NAH! Spinner von hinten. Ich glaub, das wär's sagwer. Alter, ich triff einen feuchten Joghurt, Alter. Was? Wann ich nicht triff, ich nix? NAH! BITTE! OITER! Ich versuch mich jetzt zu beruhigen. Und so. Was hat's da vorne? HAHAHAHAHA! Ich glaub, ich bin an erster Stelle. Ich glaub's. Das war der Kimbo da aner. Was ist das? Von der Eier. Von der Eier. Okay. Ja. Okay. Nö. Bist er nicht. Ja. Hier, guck mal, ich bin an erster Stelle. So, jetzt weiter. Ist cool, ja. Zack, tschüss. Tschüss. Tschüss jetzt. Bye, tschüss. Tschüss.